Zu einfach Von Wilfried Liebe So einfach geht das nicht. Ein paar tüchtigen Männern den Schwanz abschneiden, ein paar muntere Chäser ins KZ. Da hat man nicht aufgepasst, selber nicht aufgepasst, wenn man den Einsteins das Alphabet diktiert. Da betrügt man Betrogene ein zweites Mal um ihren Haferbrei, indem man sie schießen lässt. So einfach geht das nicht. Aber die, die sich wehren, haben ausgelebt. Und die, die sich wehren könnten, sind zu vollgefressen. die sich wehren für die Fische. wehren und die sich wehren, und die sich vielleicht nicht mehr